Fitness mit Marc, Folge 74. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitness-Coach von Marathonfitness.de. Der eine oder andere ist vielleicht jetzt gerade in der Situation, dass er ein paar Wochen Pause gemacht hat und jetzt geht's wieder los mit dem richtigen Krafttraining. Und dann ein oder vielleicht auch zwei Tage später kriegst du es ganz dick. Muskelkater. Wie gehst du damit um? Setzt du das Training fort oder solltest du lieber pausieren? Die Antwort bekommst du jetzt und zwar hier nach. Liebst du Bücher und hast eine Liste von Büchern, die so lang ist, dass du sie niemals lesen können wirst? Dann hat Audible die perfekte Lösung für dich. Wie wär's, wenn du dir diese Bücher einfach vorlesen lässt, während du unterwegs bist, auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim Wäscheaufhängen? Die App ist kostenlos und läuft auf allen deinen Lieblingsgeräten. Und weil Audible über 150.000 Hörbücher im Programm hat, findest du auch immer etwas Neues und Interessantes, das du gerne hörst. Anders als bei Musik- oder TV-Streaming-Angeboten gehören deine Hörbücher bei Audible dir. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel mit deinem Smartphone jederzeit und überall hören. Tja, und wenn dir mal ein Buch nicht gefällt, dann ist das kein Problem. Du kannst es jederzeit gegen ein anderes Hörbuch eintauschen, ohne Wenn und Aber. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du die Audible-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr zum halben Preis. Geh dazu auf www.fmmbuch.de, fmm wie Fitness mit Marc und dann buch.de. Unterstütze Fitness mit Marc und geh auf www.fmmbuch.de. Dort bekommst du deine Mitgliedschaft für die ersten sechs Monate zum halben Preis 4,95 Euro pro Monat. Heute geht es um das R der Marc-Formel, das richtige Krafttraining. Und zum richtigen Krafttraining gehört auch der Muskelkater dazu, ob du es magst oder auch nicht. Muskelkater ist so alt wie die Menschheit. Und trotzdem sind immer noch viele verunsichert, wenn die Muskeln am Tag nach einem harten Training anfangen zu brennen. Solltest du mit Muskelkater zum Training gehen oder vielleicht doch lieber eine Pause einlegen. Eine Sache ist im Kraft- und Muskelaufbautraining sicher wie das Armen in der Kirche. Der Muskelkater. Du wirst den auch nicht völlig vermeiden können, wenn du intensiv trainierst und wenn du Fortschritte machen willst. Ich gehe ganz gerne mal in sehr unregelmäßigen Abständen mit Freunden eine Runde Squash spielen. Ich liebe Squash. Ich habe früher in meiner Teenager-Zeit jahrelang Tennis gespielt und jetzt wo ich in der Großstadt wohne, bietet sich auch Squash an. Schönes Spiel. Und obwohl ich regelmäßig Krafttraining mache, schon seit Jahren und auch immer noch regelmäßig laufen gehe, fühle ich mich am Morgen nach einer Squash-Partie jedes Mal um etwa 30 Jahre gealtert. Da denke ich dann manchmal schon, Muskelkater, das ist so ein bisschen verniedlichend. Eigentlich ist das, was ich jetzt gerade hier fühle, eine Muskelraubkatze. Ja und dann? Trainingspause? Was macht Sinn? Viele Sportler machen so lange Pause, bis der Muskelkater völlig weg ist. Und manchmal verpassen sie damit den perfekten Zeitpunkt zum Wiedereinstieg ins Training. Und dementsprechend dauert es dann natürlich auch mit den Fortschritten im Fitnesstraining. Die Frage ist ja, brauchst du die Pause wirklich? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um wieder ins Training einzusteigen? Und in der heutigen Folge erfährst du, was Muskelkater eigentlich ist, wie er entsteht und wie du anhand von drei einfachen Tests entscheidest, wann du beim Muskelkater weiter trainieren kannst und wann du mit gutem Gewissen eine Trainingspause einlegen solltest. Okay, was ist Muskelkater eigentlich? In der Forschung interessieren sich die Wissenschaftler schon lange für dieses Phänomen Muskelkater. Und es gibt tatsächlich unzählige Studien dazu. Doch obwohl Menschen schon seit eh und je an Muskelkater leiden, verstehen selbst die Wissenschaftler die Ursache bis heute noch nicht so vollständig. Die These, die aktuell von den meisten Forschern vertreten wird, ist folgende. Muskelkater entsteht als Folge von Entzündungen im Muskel, die durch Mikrorisse in den kleinsten arbeitenden Einheiten deines Muskelgewebes entstehen. Diese Theorie, die wird dadurch gestützt, dass Muskelkater mit entzündungshemmenden Medikamenten behandelt werden kann. Und dann gibt es noch eine zweite populäre These, die inzwischen als widerlegt gilt. Vielleicht hast du sie schon mal gehört. Und das ist die These, dass Muskelkater durch Milchsäure ausgelöst wird. Milchsäure entsteht ja bei der anaeroben Energiegewinnung im Muskel, zum Beispiel wenn du richtig sprintest. Diese Milchsäurehypothese, wie gesagt, die gilt als widerlegt. Muskelkater entsteht normalerweise dann, wenn wir mit unserem Körper etwas machen, was wir noch nicht gewohnt sind. Wir sprechen auch von einem Trainingsreiz, an den wir noch nicht angepasst sind. Ein gutes Beispiel ist so ein allererstes Workout mit Gewichten oder das erste Workout nach einer längeren Trainingspause. Gerade wenn du es da übertreibst, dann genießt du anschließend einen Muskelkater, wie er im Fachlexikon eines Sportmediziners beschrieben ist. Ganz hervorragend. Und darüber hinaus kann Muskelkater auch entstehen, wenn du deinen Trainingsplan einfach anpasst. Zum Beispiel, wenn du einfach die Intensität erhöhst oder die Wiederholungszahl erhöhst oder eine neue Übung durchführst. Okay, die Ursache von Muskelkater kennen wir jetzt schon mal. Es ist höchstwahrscheinlich das Auftreten mikroskopisch kleiner Risse in deinem Muskel. Kommen wir zu den Symptomen. Was unterscheidet Muskelkater überhaupt von anderen Schmerzen? Und den solltest du definitiv kennen, denn er hilft dir, ernste Symptome von weniger Ernsten und Muskelkater gehört hier zu den weniger Ernsten zu unterscheiden. Muskelkater entsteht verzögert. Das heißt, du gehst zum Training und erst 12 bis 48 Stunden nach dem Training spürst du überhaupt etwas. Wie lange diese zeitliche Verzögerung ist, das hängt von mehreren Faktoren ab. Hier spielt eine Rolle, wie alt du bist, wie fit du bist, wie viel du trainierst, wie intensiv du trainierst, welche Muskelgruppe du trainierst und welche Übungen du trainierst. Und vielleicht hast du schon mal festgestellt, dass bestimmte Muskelgruppen eher zu Muskelkater neigen als andere und bestimmte Übungen echte Muskelkater Garanten sind, während andere Übungen so gut wie nie zu Muskelkater führen. Grundsätzlich verursachen solche Bewegungen Muskelkater, bei denen die Belastung beim exzentrischen Bewegungsanteil hoch ist. Lass mich das kurz erklären. Mit dem exzentrischen Bewegungsanteil meine ich die negative Phase einer Kraftübung. Das ist die Phase, bei der der Muskel länger wird. Ich nenne dir mal ein paar Beispiele. Muskelkater ist selten bei Übungen mit einem geringen exzentrischen Anteil. Das ist zum Beispiel ein Powerclean, das ist Radfahren, Boxjumps, Schlitten ziehen oder Tireflips beim Crossfit. Muskelkater entsteht häufiger bei Übungen mit sowohl konzentrischen als auch exzentrischen Anteil. Das sind zum Beispiel Kniebräuge, das ist Bankdrücken, das ist Kreuzheben, Langhantelrudern, Schulterdrücken und so weiter. Und ein ziemlicher Muskelkater Garant sind sogenannte Negativwiederholungen. Das ist eine Intensitätstechnik beim Krafttraining, die den Muskel in der negativen, also der exzentrischen Bewegung voll auslasten soll. Zum Beispiel kannst du dir ja beim Bankdrücken bei den letzten Wiederholungen von einem Partner helfen lassen, um dann den Satz mit einer oder mehreren Negativwiederholungen zu beenden, bei denen du dich nur noch auf das langsame Absenken der Langhantel konzentrierst. Und dein Trainingspartner, der hilft dir dann dabei, das Gericht wieder nach oben in die Ausgangsposition zu bringen. Wenn du so trainierst oder auch schon mal trainiert hast, dann weißt du, dass Brustmuskelkater am nächsten Tag ist damit so gut wie vorprogrammiert. Für jeden, der ernsthaft trainiert, gehört Muskelkater also ab und zu dazu. Die entscheidende Frage ist jetzt natürlich, wann ist Muskelkater ungesund? Ist Muskelkater überhaupt schädlich? Nun, bei Muskelkater handelt es sich ja um eine Entzündung im Muskel. Das heißt, wenn du auf diese Entzündung verzichten kannst und trotzdem hart trainieren könntest, dann würdest du schneller und nachhaltiger regenerieren. Es gibt Trainingsmethoden, die Muskelkater sozusagen als Feature mitbringen, da die Muskeln regelmäßig mit neuen Trainingsreizen geschockt werden sollen. Und das ist zunächst einmal gar nicht schlimm. Wenn deine Muskulatur jedoch über einen langen Zeitraum überhaupt nicht die Möglichkeit kriegt, ausreichend zu regenerieren, dann kann diese Entzündung theoretisch chronisch werden. Und dann würdest du anstelle von stärker werden und fitter werden, eher in die Verletzung und Krankheit abrutschen. Wenn du ab und an Muskelkater hast und ich denke, das gilt für die meisten von uns, dann ist das überhaupt nicht schädlich. Übrigens interessant ist, dass viele Rekorde im Sport von Athleten aufgestellt wurden, die gerade Muskelkater hatten. Ja, was gilt denn jetzt? Trainingspause beim Muskelkater oder weiter trainieren? Die Frage höre ich regelmäßig. Marc, kann ich auch mit Muskelkater zum Training gehen? Und meine Antwort ist, wie so häufig, bisschen unbefriedigend, kommt drauf an. Aber ich erkläre das Ganze. Es kommt drauf an, wie stark der Muskelkater ist und was für ein Training du überhaupt machen möchtest. Die erste Frage, die du dir stellen darfst, ist, worauf du im heutigen Training überhaupt abzielst. Willst du die gleiche Muskelgruppe nochmal trainieren? Also genau die Muskelgruppe, die gerade schmerzt. Wie intensiv soll dein Workout werden? Möchtest du ein leichtes Kardiotraining machen? Oder gehst du ran an die schweren Gewichte? Zweitens spielt eine Rolle, wie gut du trainiert bist. Hast du deswegen Muskelkater, weil du gerade zum allerersten Mal in deinem Leben mit Gewichten trainierst oder vielleicht nach einer längeren Trainingspause wieder einsteigst? Oder trainierst du regelmäßig wie ein Uhrwerk und hast es dir dieses eine Mal richtig gegeben? Wenn du Einsteiger bist oder Wiedereinsteiger, dann ist folgendes der beste Weg. Wenn du gerade erst mit dem Muskelaufbautraining angefangen hast und der Muskelkater wirklich stark ist, dann empfehle ich dir, gönn deinen Muskeln so lange eine Trainingspause, bis du sie wieder schmerzfrei bewegen kannst. Und wenn du schon länger trainierst, dann empfehle ich dir folgende 3-Schritt-Methode. Wenn du schon mehr als 6 Monate kontinuierlich im Training bist und genau weißt, wie sich Muskelkater anfühlt, dann mache einen Test und entscheide abhängig vom Testergebnis. Ich möchte dir drei Muskelkater-Tests nochmal beschreiben und die helfen dir dabei, eine sichere Entscheidung zu treffen, ob und wie du ins Training einsteigen kannst. Test Nummer 1. Wie stark ist der Schmerz? Stell dir vor eine Skala von 1 bis 10. Wie stark ist dein Muskelkater? 1 heißt natürlich, merke ich fast gar nicht und 10 ist der allerstärkste Muskelkater, den du überhaupt in deinem Leben hattest. Wenn du jetzt 8 oder 9 antwortest oder vielleicht sogar 10, dann pausier so lange, bis du den Schmerz mit einer 4 oder 5 bewerten würdest. Test Nummer 2. Kannst du mit voller Bewegungsamplitude trainieren? Diese Methode ist etwas objektiver. Du testest einfach deine Bewegungsamplitude. Kannst du die Bewegung einer Übung vollständig und uneingeschränkt vom Ausgangs- bis zum Endpunkt durchführen? Und der Tipp, wie bei jedem Training und hier besonders, wärme dich vorher vollständig auf. Du wirst feststellen, oft lindert das Warm-up schon die Muskelkater-Beschwerden. Und wenn du trotzdem so starke Schmerzen hast, dass du zum Beispiel einen Klimmzug oder eine Kniebeuge nicht vollständig und sauber ausführen kannst, dann bist du noch nicht reif fürs Training und dann darfst du dir noch ein bisschen Auszeit gönnen. Test Nummer 3. Wie viel Kraft hast du? Wenn deine Bewegungsamplitude in Ordnung ist, dann kannst du jetzt auch deine Kraft testen. Auch hier solltest du natürlich gut aufgewärmt sein. Jetzt steigst du mit regulärem Gewicht und deiner normalen Wiederholungszahl in dein Training ein und achtest darauf, wie gut du damit klarkommst. Kannst du trotz Muskelkaters so viel Kraft entwickeln wie sonst? Wenn du deine angestrebte Anzahl Wiederholungen nicht mit guter Technik durchziehen kannst, ohne dass deine Muskeln vorher versagen oder übermäßig stark brennen oder übermäßig stark wehtun, dann bist du höchstwahrscheinlich noch nicht ausreichend regeneriert. Und auch dann darfst du diesen Muskeln noch ein bisschen Pause gönnen. Und ich kenne das sehr gut. Nehmen wir mal an, du möchtest gerne trainieren, du hast diese drei Tests durchgeführt und du stellst fest, ich sollte mir lieber noch ein bisschen Pause gönnen. Was kannst du tun, wenn du trotzdem nicht pausieren willst? Nun, die Tests, die ich dir eben gegeben habe, die gelten nur für die Muskeln, die vom Muskelkater betroffen sind. Alle anderen Muskelgruppen kannst du natürlich wie gewohnt weiter trainieren. Und falls du wirklich alle Muskelgruppen in deinem Körper zerschossen hast und wirklich überall Muskelkater hast, dann Hut ab. In dem Fall will ich gerne von dir hören und schreib einen Kommentar in die Shownotes marathonfitness.de-podcast und dann die heutige Folge 74. Ich möchte deine Erfahrung gerne hören und die möchte ich auch unabhängig davon hören. Was du auf jeden Fall machen kannst, ist ein Kardiotraining mit niedriger Intensität. Und vielleicht gehst du auch einfach nur eine halbe Stunde spazieren. Und auch hier gilt das gleiche Prinzip. Wenn du die Bewegung schmerzbedingt nicht sauber ausführen kannst, dann lass die Brechstange zu Hause. Lass es bleiben, gönn dir eine Pause. Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, ist, was ist mit Stretching? Verhindert das Dehnen der Muskulatur Muskelkater? Lässt sich Muskelkater verhindern, wenn du dich vor und nach dem Training ausgiebig dehnst? Nun, ich sehe das häufig, dass sich Menschen vor dem Krafttraining dehnen. Und falls du das auch bisher gemacht hast, lass es bleiben. Der Punkt ist der, wenn du dich vorm Krafttraining dehnst, dann untergräbst du deinen Trainingserfolg. Und zwar wissen viele Menschen nicht, dass die Leistung von Muskeln sinkt, wenn sie zuvor gedehnt wurden. Das heißt, du hast weniger Kraft, messbar weniger Kraft, nachdem du dich gedehnt hast. Meine Empfehlung ist, vorm Training Warm-up ja, auf jeden Fall. Dehnen? Nein. Okay, zurück zu unserem eigentlichen Thema Muskelkater. Du kannst leider wenig gegen Muskelkater tun, wenn du dich dehnst. Dazu gibt es auch eine Studie und zwar haben sich australische Wissenschaftler genau damit beschäftigt und sie kamen zu dem Ergebnis, dass Stretching den Muskelkater nicht verhindern kann. Fazit. Leider gibt es keine hundertprozentige Antwort auf die Frage, ob du mit Muskelkater ins Training gehen solltest oder nicht. Erfahrene Sportler, die schon das ein oder andere Mal mit Muskelkater trainiert haben, können wahrscheinlich sehr gut einschätzen, wo sie auf einer Skala von 1 bis 10 liegen, was den Schmerz angeht, wie weit sie gehen können und wann es besser ist, eine Pause einzulegen. Tja, und wenn dir diese Erfahrung noch fehlt und du gar nicht weißt, was eine 10 auf einer Skala von 10 beim Muskelkater ist, dann kannst du natürlich in den sauren Apfel beißen. Dann kannst du ins Training gehen und du könntest trotz deines Muskelkaters trainieren. Und ich garantiere dir, du wirst nicht lange brauchen, um herauszufinden, was eine 10 auf einer Skala von 10 beim Muskelkater heißt. Das ist eine einmalige Erfahrung und anhand derer wüsstest du dann auch, was eine 4 oder 5 auf dieser Skala bedeutet und wann du effektiv wieder ins Training einsteigen und sinnvoll trainieren kannst. Wenn du mich jetzt fragst, was ich dir empfehle, dann bin ich natürlich mit so generellen Empfehlungen, die ich hier im Podcast sage, immer sehr vorsichtig, weil ich kenne dich natürlich nicht so genau. Deswegen würde ich dir empfehlen, im Zweifel pausiere lieber noch ein bisschen und es gibt diese Möglichkeit natürlich, das auszutesten. Und eine Sache ist mir am Ende noch wichtig. Es ist grundsätzlich in Ordnung, einen Muskel trotz Muskelkaters zu beanspruchen, solange du dein Training sauber durchführen kannst. Das heißt, solange du alle Wiederholungen, die du machen möchtest, in einer Übung mit sauberer, perfekter Form und über den gesamten Bewegungsradius, über die gesamte Bewegungsamplitude durchführen kannst. Falls dir dann die Kraft fehlt oder du die Bewegung nicht vollständig ausführen kannst, bist du noch nicht so weit. Dann lass es bleiben. Diese beiden Faktoren, eine saubere Technik und eine vollständige Bewegungsamplitude, solltest du immer als allererstes berücksichtigen. Sponsor der heutigen Folge ist Audible. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot, darunter Bestsellerautoren und viele der bekanntesten aktuellen Bücher, Ratgeber und Klassiker. Du kannst die Bücher, die du schon lange lesen wolltest, ganz einfach hören. Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Audible bietet dir ein spezielles Angebot nur für Fitness mit Markhörer. Du bekommst die Audible Mitgliedschaft zum halben Preis, wenn du jetzt auf fmmbuch.de gehst. Nicht für ein, zwei oder drei Monate, sondern für ein halbes Jahr. Dieses Angebot gilt nur für Fitness mit Markhörer, also geh auf fmmbuch und mach mit. Fmm wie Fitness mit Markhörer und dann buch.de Cool, dass du bis jetzt drangeblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de. Die Show Notes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Mark suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.